Ich war heute in den Hirschfelden unterwegs und habe es mir zum Ziel gesetzt, einen Rothirsch in mindestens Bronze zu erlegen. Ich habe dann tatsächlich auch relativ schnell einen gefunden und habe gewartet, bis er sich günstig dreht. Doch nach einiger Zeit heute ich noch andere Tierrufe, was die Lage nicht gerade vereinfachte. Doch glücklicherweise zogen sich die anderen Tiere zurück. Ich konnte den Rothirsch spotten und jetzt hieß es nur noch warten. Als er mir die Möglichkeit gab, setzte ich zum Schuss an und... Der Schuss passte. Der Hirsch ging schnell runter und lag nicht weit vom Anschussort. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der Hirsch machte tatsächlich Silber voll und ich hatte soma die Challenge bestanden.